So, hier haben wir den Popperkiller. Na ja, war es schon, der Kampfer. Wie geht es denn? So, mir geht es ganz gut, ne? Ja, das macht jeder von der Schammer. Der muss da arbeiten. Der muss da arbeiten. Der muss da arbeiten. Und was machen Sie denn heute? Warum haben Sie den sich ausgerechnet? Da sind wir ausgerechnet fünf Vereine. Nur Erfolge. Bis Erfolge sind, aber kann ja nicht jeder immer Erster werden. Und wie steht denn der Elfmannschaft von den einzelnen Klappen? Ja, in Klasse 1 steht es dann gut für uns. Aber da der Junge krank geworden ist, kann er heute leider nicht sein. Ja, das ist natürlich ein Späsch. Und da wir ein kleiner Grupp sind, ist eigentlich ein Erfolg, wenn er unter den Werten fünf kommt und jeder ist. Sie sehen auch, die Krankheit spielt auch eine schreckliche Rolle in diesem Sport. Nichts, immer dann noch mal.